Hey everybody, willkommen zum zweiten Video zu Rocket League. Verrückte Dinge sind passiert, dass Rocket League das erste Mal seit wirklich jetzt überhaupt ein spielerisches Upgrade gekriegt. Denn du kannst jetzt ingame sehen, wie viel Boost dein Teammate hat. Und da will ich es schon mal jedem ans Herz legen, geht vielleicht mal in die Einstellung. Ich glaube hier kann man das sogar ausstellen, wenn man simplifiziert macht. Und ihr wollt vielleicht hier das größer machen. Wenn ihr das hier größer macht, dann macht ihr den Namen größer, aber dann wird hier auch die Anzeige größer, wie der Boost angezeigt wird. Letztes per Standard auf 100%, aber ihr könnt es einfach doppelt so groß machen. Wir haben den 1 Liga 4, da habe ich das letzte Video beendet, aber ich habe seitdem noch ein bisschen weiter gespielt. Bin einmal abgestürzt nach Liga 3, wieder hochgespielt nach Liga 4. Aber gut, seht ihr da, dieses kleine Symbol, das ist der Boost, den mein Teammate hat. Wo ich sagen muss, schlechter Boost von mir, das zeigt mir in einigen Spielen, wie schlecht die Teammates eigentlich sind. Ich habe es jetzt ein paar Mal gehabt, dass der Teammate quasi full Boost hatte. Und dass der einfach trotzdem mir den Boost geklaut hat. Oder doof rotiert ist. Oh Gott. Der ist hilfreich, ich weiß jetzt einmal, den man hat für Boost. Gerade, vielleicht auch wenn der mal einen Air-Dribbing oder so versucht. Oder in der Nähe dazu ist, dann weiß ich, okay, der hätte jetzt genug Boost, um Air-Dribbing zu machen. Ein paar Leute, ein paar Puristen haben sich beschwert, wie gesagt, zu haben, oh, das nimmt jetzt doch eine Skill-Mechanik weg von Rocket League. Also, finde ich nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Ich finde, es ist eine gute Sache, mehr Informationen zu haben. So. Autsch. Naja, also, wen das stört, der kann mir auch nicht helfen. Ich bin froh über ein neues, spielerisches Feature, auch wenn es nur am Ende des Tages, auch. Auch am Ende des Tages nur Interface ist. Falls ihr natürlich neu seid, wie immer, könnt ihr gerne ein Abo da lassen. Creative Food, Bad Ops und C. Also, das letzte Mal in Overcommitten ist böse, mache ich leider auch noch viel zu gerne. Ah, schade. Kein Problem. Kein Problem, jetzt Gott sei Dank. Gut. Oh, das ist auch gut. Geht ja sogar. Ich glaube, das geht ganz knapp nicht. Hast du mir so? Äh, no. Okay. Gute Zerstörung. Nachschuss. Na, ich war zu speedy. Zubere ich Kontrolle. Ah. Come on, bitte. Nein. Guter Schuss. Guter Schuss. Genau, ne. Jo. Cool, 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 cool. Ich würde sagen, die schlechte Defensive von uns hat uns das Spiel gekostet. Nervt mich müssen, das verloren zu haben. Weil es hätte man auch easy gewinnen können. Ne? Die Gegner waren nicht schlecht, aber wir hätten das easy gewinnen können. Aber wenn die Defensive halt nicht on point ist, na gut, dann verlierst du halt so Spiele. Oh. Ich finde, was auch jetzt anders ist, ich bin selber viel bemühter, viel Boost zu haben und gut aufs Boost Management zu achten. Nein, 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 warum geht's flähen? Also, Teamate, benutzt doch mal bitte 30% deines Gehirns. Oh, ich hab' beide kaputt gemacht, ich hab' ein bisschen Glück. Ziel den Shot versucht. Schnell, 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 schnell. Nice, okay. Der war jetzt nicht perfekt, der Schuss. Und ich hätte auch gewünscht, dass mein Teamate den schneller ausspielt, weil wir hatten halt zwei gegen ein Situation, wir haben uns richtig lahm ausgespielt. War scheiße von mir, war scheiße von mir. Sag' ich nichts gegen. Ich challenge, mein Teamate hat einen leichteren Save dadurch. Er hätt' nur die Sprungtaste finden müssen. Und Leute werden mir wieder erzählen, dass ich toxisch mit meinem Teamate immer die Schuld gebe. Nee. Aber wenn er die Sprungtaste findet, ist das eine der, also das ein Save, den Platin-Spieler hinkriegt. Man ist gewillt, aber erfolgreich. Bäm. Schade. Schade. Wird's ein Pass sein können. Er will noch mal hin, er will noch mal hin, ich kann nicht hin, er will noch mal hin. Nice, let's go. Naja, es ist wieder so, weiß ich nicht, die Defensive ist wieder scheiße. Oh, der ist zu weit. Höh, wie ist das denn jetzt passiert? Manche Gegner sind ja auch einfach unfähig und die sagen als Ausrede oft, ich brauche Boost. Schade. Jetzt kann man ja ganz genau sehen, ob sie wirklich Boost gebraucht haben. Gut. Lassen wir doch einfach, lassen wir doch einfach, Dude. Ähm. Bro. Bro. Er macht danke, danke, danke. Digga. Ich musste vier Paraden machen. Es schwärm nicht, wow, du Dummkopf, Alter. Er ist schon weg, aber ich muss es noch schreiben. Es macht mich wütend. Du hast defensiv nur Scheiße gemacht. Jeden Ball hast du Double committed. Ich habe dafür rausgeschnitten von meinen Wut wahrscheinlich. Aber ich habe ihn die ganze Zeit über eigentlich kritisiert. Ich weiß nicht, wie viel davon im Video ist. Er hat auch sechsmal drauf geschossen, ein Tor. Der hat mir noch zwei gute Chancen nicht gemacht. Das Einzige, was ich mir ankreiden kann, ist, dass ich am Ende versucht habe, den Ball zu save, nachdem er gepennt hat. Und dass ich das erste Gegentor auch gut eingeleitet habe. Aber sonst nehme ich nichts, was da passiert ist, auf meine Kaffee-Defensiv. Der Team hat einfach versagt und spammt dann, wow, es ist... Auch danke, danke, danke. Ja, bedank dich mal für meine ganzen Saves, Alter. Bedank dich mal, dass ich uns im Spiel gehalten habe. Dummkopf, Alter. Äh... Gut. Wir sind gut, wir sind gut, wir sind gut. Gut. Den ersten Touch ein bisschen angefakt, hinweggerahmt. Bam. Ah, schade. Der Flug war nicht perfekt, der Flug war nicht perfekt. Ich bin trotzdem gegangen, aber... Ich bin ein bisschen zu spät gesprungen und dann... Nicht möglich gewesen. Ja. Ich hätte besser lesen sollen, dass der Teammate den Ball nicht hat, sondern der Gegner, dass der dann direkt in unser Tor fliegt, so gesehen hat. Das Spiel gewinnt, ich weiß, das erste Spiel, wo ich einen, meiner Meinung nach, fähigen Teammate habe. Plus, die Gegner sind sehr leicht kaputt zu machen. Ist auch immer ein Vorzweil. Zu stark. Oh. Doch nicht zu stark. Also, er war zu stark, aber ich glaube, der Gegner hat den noch mit reingeholfen. Okay. Der Nachschuss vielleicht, aber der wäre nicht reingegangen. War aber so knapp, ich wäre da wahrscheinlich auch hingegangen. Und immer noch gut. Ich nehme vielleicht noch einen Angriff. Mach mal nur eine Ecke. Ja. Nice. Ne, was habe ich gesagt? Das erste Spiel mit einem Teammate, der verteidigen kann, wird direkt gewonnen. Überrascht mich nicht, bin ich ganz ehrlich. Ich glaube, als wir das 1-1 geschossen haben, habe ich gesagt, ey, das gewinnen wir. Mein Teammate kann verteidigen. Und ich bin nur so geladen, weil der eine mir die Schuld gegenüber das verloren haben. 200 ist ein bisschen krass. Ich, warte, ich gehe schon mal runter auf eine realistische. Ich mache mal so. Super ungewohnt, das so groß zu sehen. Na, aber vielleicht hilft das ja manchen. Also ist für euch vielleicht eine Empfehlung. Einfach mal hochstellen, weil ich sehe jetzt nichts außer Namen und Woost. Ne, die geht eh nicht. Ganz ehrlich, das ist jetzt meine Schuld. Ich gehe mal runter. Dass der da in der Ecke so lange gebraucht hat, um wegzugehen, ist für mich auch ein schlechtes Zeichen. Ne, das. Aber was gut ist auch, ich weiß, wenn ich einfach weiter trainiere und wenn ich weiter regelmäßig meine Spiele mache, jeden Tag. Ich werde hier früher oder später rauskommen aus Champion 1. Ich sollte das Spiel einfach den installieren. Ah, jetzt ist es ein bisschen zu doll, ein bisschen zu doll. Wait. Let's go, dude. Ah, schade. Ja, ist verdienter Sieg für die. Wir haben so viele Chancen liegen lassen. Da kann ich aber nicht mein Team mit die Schuld geben. War einfach nicht gut von mir. Wenn ich jetzt schwören könnte, müsste er da sein für eine Position. Nein, ich mache einen Eigentor. Ich hätte meiner Meinung nach nicht mehr kaputt gehen dürfen. Vielleicht bin ich einfach ein bisschen getiltert durch die ersten zwei Runden. Und mir wäre es deswegen schlecht. Hast du mit dem Team mit da sein? Haut zu weit vorne. Einer weg. Nice. Aber ich weiß, ich kann das besser. Und ich weiß nicht, warum ich das nicht abrufen kann. Krass. Der hat fast uns beide kaputt gemacht. Gegner hat defensiv aber auch einfach solide. Das ist echt... Es ist gar nicht die Offensive, die den Unterschied ausmacht. Sondern das Team, was hier in Champion 1 besser verteidigen kann, ist das Team, was jetzt jedes Game gewonnen hat. Ja, und obwohl die Gegner diesen Ball hier kassieren, die waren defensiv einfach solider als wir. Wir haben null Saves. Die Gegner haben fünf Saves. Wenn jeder zweite Angriff von denen ein Tor ist, gefühlt, kein Wunder, dass die dann sieben Tore machen. Aber darum soll es heute ja generell eigentlich gar nicht gehen, sondern um das neue spielerische Feature, dass man jetzt sieht, wie viel Boost der Teammate hat. Das ist manchmal hilfreich. Manchmal ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger hilfreich. Vor allem, ich habe eben eine Stunde trainiert und ich habe mich richtig gut gefühlt nach dem Training. Ich dachte, krass, Champions 2 heute im Video, es läuft richtig gut. Ich habe vor der Aufnahme ein Spiel gemacht, easy gewonnen. Und dann stelle ich die Aufnahme. Die ersten zwei Spiele brechen mich und danach ist einfach... Wir sehen uns zum nächsten Mal, Leute. Bis dahin und ciao. Bis zum nächsten Mal, Leute. 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 Bis zum nächsten Mal.